und heute kommen wir zu dem fragen und antwort video ich habe gestern gesagt dass ihr mir ein paar fragen stellen sollt und ihr habt mir 37 kommentar geschrieben die waren nicht alle fragen aber ich habe auch auf instagram und snapchat gefragt und ihr habt alle geschrieben danke oh freunde jetzt kommen wir zu die erste frage und das ist von anilke trinke xd und er hat geschrieben wo kackst du hier die zweite frage ist von denny opfer ich war einfach deine videos warum hast du mit youtube angefangen lange geschichte was du trinkt die ist auch eine fangenflasche aber reicht nicht wo man so ein cent was soll ich machen ich muss das mit youtube anfangen die nächste frage kommt von rapata kriminelle was dein ziel auf youtube mein ziel ist dass ich einen großen youtuber werde weil ich liebe einfach videos zu machen und das kommt auf jeden fall wenn ihr mich unterstützt die nächste frage kommt von victoria cristiano ronaldo 7 was war dein traumberuf ich habe echt keinen traumberuf die nächste frage kommt von meinem bruder und er hat geschrieben kannst du uns deine studio zeigen die nächste frage kommt von clash of clans bots da hat geschrieben seit wann machst du youtube seit elf monate genau elf monate die nächste frage kommt von sarah kaka welche lang würdest du schon immer hingehen ich glaube dubai dubai ist die schönste land glaube ich jetzt ist deine frage antwortet und die nächste frage kommt von laura zicker und die hat geschrieben warum machst du warum macht ihr kein t-shirts mit eurem namen und ja liebe deine videos danke und ich wollte ihnen immer unsere t-shirts mit unserem namen machen aber da haben wir gedacht okay vielleicht will auch keine sehen aber wir werden irgendwann machen auf jeden fall und jetzt haben noch ein paar von euch mehr auf snapchat geschrieben und die frau kommt von natalia wieviel geschwister hast du eins von einem bruder und er hat gefragt was ist dein großes ziel auch mal gleich china hat geschrieben am würde kannst du mich graus christlich art metro hat geschrieben also gratis mich spezialzialal aber geküelt sequiet auch geschrieben so freunden was ist mir "? jeweils wieder nach in daumen nach oben da haben mich so sehr gefreut dass ihr mir irgendwas die kommentare geschrieben haben so freuen das was mit dem video als wie durchgefallen dann gehen wir noch einen daumen nach oben und abonniere nicht vergessen auch irgendwo diese scheiße unten die kostenlos leute nur bei mir bei anderen youtube muss dir 50 cent aber bei mir ist kostenlos und bis zum nächsten video und